die 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 hat mich jetzt verkauft und und so kommt ich gleich mal auf Patronen so diese Dinge wie heißt es hier sind wir müssen bis zum Tor der Nähe ich auf das Klotter so viel Platz und Warnung er ist unter Kontrolle die ich hätte mit ihr 100 Euro dass der das nicht gemacht also das waren der Soko es was jetzt fehlt von Würbelsturm der über deine Insel schickt da würde ich mich so freuen so schön in deiner Stadt so ein bisschen richtig schön die Stadt bleibt stehen komplett stehen aber alle Produktionsketten werden gefickt das wäre alles dann weg weißt du und dann ziehen die alle aus und dann meckern die rum äh äh boah das ist ja auch geil ja aber nicht für mich ja 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 ich kann jetzt endlich das Prozent aber ich muss mal nie und hier sind aus den Meerenplatschen das ist doch schön Produktion der Stadt ja warte kennst du das Gefühl wenn du niesen musst also dieses Kribbel in der NATO und dann kannst du nicht niesen ja 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 dann auf einmal kommt ja ich hab mein erstes Kunststoff hergestellt so ich brauche auch Kunststoff wie das Jahr genau nur eine andere Insel hm ja von meiner Hauptinsel ich weiß nicht das ist so das verpeste zu viel das Öl ja ich hab auch auf einer anderen Insel weil ich auf meiner Insel kein Öl habe sonst hätte ich es da am Anfang auch gemacht ja ich hab ja eigentlich Öl aber ich weiß nicht ich hab jetzt schon so eine scheisse Ökobilanz ja ich weiß auch nicht wie das immer passiert aber ich hab irgendwie manchmal bei so inseln wo ich übelst viel Produktion und so ein Zeug habe eine bessere Ökobilanz als bei mir in der Stadt das ist krass zum Beispiel habe ich jetzt auf der Insel wo ich übelst viel Öl Öl Dingsbumse habe hier wie heißt das Ölbohrer habe ich eine Ökobilanz von 192 krass aber jetzt habe ich denn hier mal wieder getrun getrun mit und das ist schon wieder ein Beton ich könnte kürzen und die kann ich verloren jetzt auch ein Werkzeug, ich muss unbedingt irgendein mehr Eisen und was machst du morgen so? das ist doch was feines das ist doch schön ausschlafen oh, jetzt leckte es gerade jetzt geht es wieder ähm, von von Soka für gerade das Öl Schiff angegriffen, dieses Containers Öl-Tacker! oh, ja, ja nimm das mal auf ja, mach ich Alter, wenn die den jetzt vor der Insel abschießen, ne? vor dem seiner Insel ja, fuck uswisch krass, so boah, Alter, es leckt grad übel ich muss jetzt erstmal zugucken bei mir leckt das übel ja ja Alter, was ist denn hier los? jetzt geht's ja, jetzt läuft es wieder flüssig weil, wie du da, äh, gestern erstmal von übelst die Schiffen auf einmal angegriffen wurde und es kamen immer mehr ja oh, das gleich außen zu dem Schiff und das sollte ich vielleicht mal lassen aufnehmen oh, yeah, das geht nicht richtig abholen so mit der Ölpfer auf und weg ist es ähm ähm pop off da, da Bild ist am Start hier oh, ja, aber auch richtig hart so, was kann ich denn jetzt noch alles bauen oh, shit ist vielleicht mal Kohlenkraft weg ja, komm, ödet mich an ähm, ja ich ich brauche, äh genau, ich brauche auch Beton richten Beton, ja ah, mein ok ähm ja, hast du Beton verkauft? bekommst du Beton, ne? ist das, äh, Geschäft? hast du Beton? nein du kaufst Beton ähm kaufe Beton, ja aber ich brauche den auch selber also von daher doch ja ah, ja warum soll ich mich beklagen? bringt mir ohnehin nichts ähm Erste ich könnte ja ein bisschen heute muss ein Betonwerken alle Systeme bereit Kommunikationssysteme online ich stehe jederzeit mit Energie auch Energie Mann ich brauche Werkzeug und ich habe Geist aber scheiße Registrierer Öl-Katastrophe in dieser Region ach ja oh ja die Ölpest geht bei ihm jetzt richtig los ja ja äh Hektor macht grad ah küstenunsicher ja gönn ich ihm ey der Penner fährt von meiner Küste rum ja äh oh lol Scheißbastik Marecke doch los Pistechen Melde Anlieferung der bestellten Waren oh ich werde vielleicht nicht so rausfahren die 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 ich kann ja in meiner Arche was bestellen oder sie ach da ist mein Beton hin ihr Auftrag übungen da ich bin um ab da und es ist klar Alter, sieht's voll dreckig aus, ey. Auf der Insel von Sockerfutterin. Oh ja. Dreckiger geht's kaum. Na los. Weiß du wann Trenchcoat wieder kommt? Ne. Wieso? Ich weiß nicht, wer das überhaupt angezeigt irgendwie. Nö. Wollte ich das ein, dass du die Zeit gelandet hast. Wenn der, ja. Ne, der bleibt immer ne Dreiviertelstunde und dann ist er, keine Ahnung wie lang der dann weg ist. Hm. Dieser Sektor ist Barracuda Gebiet. Sie wünschen? Was liegt an? Der Vorstand hat ein Auge auf sie. Wie machte die mir das Kohle-Symbol da oben ein bisschen Angst, obwohl ich noch fast 10.000 Tonnen hab? Ja. Wieso? Naja. Äh. Dieses Kohle vollkommener. Das ist ja schon auf orange. Was, was gibt's? Was, was gibt's? Busst ich gar nicht. Ja, da musst du aufpassen. Ja, ne. Ich hab noch über 10 Tonnen. Boah, ich hab 4 Tonnen Munition bekommen. Der Penner soll endlich, äh, Beton verkaufen. Ah. So. Oh. 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 Okay. Wie sieht's denn überhaupt aus? Registriere Verschlechterung der Öko-Bilanz. Äh. 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 Alles gut. So. Habe ich dann auch gemerkt. auch krass, der 95 Tonnen Werkzeug bekommen. Auch krass, der 95 Tonnen Werkzeug bekommen. Oh. Scheiß drauf. Wird schon gut gehen. Das gut gemacht. Ja. Das wird zu wissen mal. Ja. Das sag ich dir nicht. Wieso? Äh. 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 Betriebsgeheimnis. Äh. 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 das habe ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Nein, das hast du gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Vielleicht war es ja auch was ganz saumloses. Wer weiß. Kann auch sein. Aber man muss es ja immer auf das schlimmste gefasst machen. Naja. Man muss nicht. Dann. Jawohl. So ein schönes Kohlekraftwerk direkt an der Stadt. Scheiße. Das möchte doch jeder haben. Ja klar. Richtig schön Ruß schmecken. Im Frühstück hast du das. Oh ja. Hm. Richtig schön Ruß an den Fenstern. Damit das richtig schön dreckig ist. Oh ja. Oh. Achtung. Produktionsstillstand. es ist wirklich relativ. Bleib mit den fast-reogrらいigten Binnen und Bind. Bis zum hardly mal curry können.